Ostern bei den Lombardis für Alessio gab's nen echten Hasen. Schoki Osterhasen kann jeder, für Alessio, zwei, gab's nen echten Hasen. Auf Instagram lässt Sarah Lombardy, 25, ihre Fans an ihrem Osterfest teilhaben. Sie feiert mit der ganzen Familie. Und da gehört immer noch die Droh dazu. Keine Selbstverständlichkeit, schließlich hatte sich das ehemalige DSDS Traumpaar nach dem Fremdgeh-Skandal um Sarah 2016 unschön getrennt. Doch für Söhnchen Alessio, zwei, zehn, beide an einem Strang. Schon Weihnachten feierte die junge Familie zusammen der Osterhasen brachte Alessio aber nicht nur den Papa mit, Nein, offenbar gab es für den Kleinen auch einen echten Hasen. Etwas unsicher, aber sichtlich begeistert, hält Alessio den kleinen kuscheligen Kumpanen auf dem Arm. Von einem echten Hasen hat man ja auch viel länger was als von einem Osschoki. Das war's für 50 maximal. Untertitelung des ZDF, 2020